Mein Name ist Corinne Cox. Ich bin vom Domänen L&R Cox-Forey mit einem Familienbetrieb. Und ich will nicht nur mit mir in der Kälerei sein. Eisen-Oxauer wird handgelöst, wie auch alle guten Eis-Anne, Traubenzuchten. Und dann sind wir hier in der Kälerei. Du bist beinahe da gelagert, entweder am Barik oder eben am Stohltank. Und dann als Eisen-Oxauer, den wir am Stohltank benötigen. Eisen-Oxauer 22 für Remisch-Falz, ein Privileg. Also ein Weihnachtsmann ist ein relativ warmes Urgang. Dafür sind Eisen-Oxauer, die relativ warm sind. Passt ganz gut bei Tiersen. Also du gehst nicht in der Kulé oder Fisch gesehen. Aber auch ganz gerne bei Gemäß. Und gerne mit einer Schmantt-Sauce. In podr möglich auf einer Schmantt-Sauce. Der weiß, wo Stohltank und Nein. Bis zum nächsten Mal haben.